Grüß dich und willkommen zur Top-Herausforderung in Bloons, der 6 am 14.09.2024 auf der Karte, 10 Karten, Schwierigheitsstufe, schwer und das sind die Regeln. Du hast richtig gut viel Kohle, ein Startleben, alle Bloons sind hier getarnt. Das Haftenwissen ist hier nicht deaktiviert, aber ich hab's bei mir im Spiel deaktiviert. Okay, los geht's! Es gibt hier zwei Variationen einer Lösung und ich hab mich für folgende entschieden. Nimm einen Eisaffen und platzieren ihn etwa so an diese Stelle hin. Mach als Verbesserung 2, 0 und die Stufe 5. Mit seinem Einsatzradius decke ich hier die ganze Kurve ab. Und dann kommt noch ein zweiter Eisaffen hier aufs Feld. Jawohl! Den Eisaffen gibt es heute im Doppelpack. Der bekommt als Verbesserung 5, 0 und die Stufe 2. Okay, jetzt kannst du dein Spiel schnell laufen lassen. Ich weiß nicht so recht, ob die Stufe 5 beim zweiten Eisaffen notwendig ist. Mit Stufe 4 habe ich es nicht probiert, aber womöglich würde es damit auch funktionieren. Okay, hier kommen sehr viele getarnte Keramik-Bloons, aber die werden richtig schnell von unseren Eisaffen hier zum Platzen gebracht. So, das ist der Sieg. Ich bekomme hier 90 Affendollar und ein Klebstoffschützen mit 002. Okay, das war's. Danke fürs Zuschauen. Ciao, Ende und aus! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank.